Norddeutscher Rundfunk 2021 Du willst diese Uhr finden, ja? Hilfst du mir? Eine gefährliche Schatzsuche. Quer durch die Stadt. Ich bin dabei! Jawohl. Hier ist irgendwas. Okay. Cleo! Cleo, aus! Tragisch, was da passiert ist. Wie komme ich durch den Tag? Immer ein Schritt nach dem anderen. Ach Fräulein Cleo, Ihre Eier. Ich such jemanden, der sich mit den Geheimnissen der Stadt auskennt. Okay, wovon redest du? Das ist eine Schatzkarte. Du bist doch der Typ mit dieser Schatzkarte, oder? Warte! Gibst du mir den Daffka aus? Woher hast du die? Kleinanzeigen. Gibt wirklich alles da. Super Sache. Wir sind Partner. Wir sind keine Freunde. Haben Sie auch behindert in Toiletten? Weil ich habe eine Behinderung im Knie. Sinn! Von wegen Knieprobleme! Wir werden diesen Schatz finden. Schlüssel? Abgebrochen. Beruf der alten Schlüsseldienst, wa? Das ist Anita Berber. Wer? Das war die wildeste Frau der Weimarer Republik. Was ist denn das? Lass mal reingucken. Das macht ja richtig Spaß mit dir. Ohne Liebe wäre diese Stadt eine Wüste. Ich glaube, ich bring allen Leuten, die ich liebe, Unglück. Mir bringst du kein Unglück. Das Wichtigste beim Schatz suchen. Instinkt. Und einen Partner, dem man vertraut. Was hast du zu verlieren? Öffne dein Herz.